Das ist nicht förderlich für das Spiel, wissen wir. Drei Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Ein Angriff ist noch drin, jetzt über den Hesik. Lothar Schelin! Da ist er! Das ist der Lucky Punch! Sie haben den Ausgleich! Sie haben sich ja mit aller Macht gegen diese Niederlage gestebt, Buschi. Kann man wohl sagen, und sie wurden belohnt mit dem Ausgleich. Jetzt nur keinen dummen Fehler machen und das nochmal aufs Spiel setzen. Sie haben nicht aufgegeben und schaffen hier jetzt sogar noch den Ausgleich. So langsam wird es richtig dramatisch. Und sie sind wieder...